Okay, liebe Freunde der Gitarrenbaukunst, ich wurde jetzt öfter mal gefragt, wie ich das ausrichte, also halt so Seidenabstand und Sattelhöhe und so weiter. Das ist ganz wichtig, dass man das echt vorher macht, bevor man den Hals einleimt sowieso. Und es gibt eigentlich nur so drei Punkte, macht irgendwie den Hals gut rein, klemmt den erstmal fest mit einer Schraubzwinge, jetzt habe ich hier den alten Sattel rausgehauen und mache so ein Grafittzeichen rein, schauen wir mal, wie das mit einer höheren Höhe auskommt. Zur Not muss man was unterlegen, das ist immer so eine Aktion. Also drei Punkte, also Hals hier festknebeln und hier mit zwei Schräubelchen die Bridge reinmachen. Und zwei Mechaniken aufziehen, ja, und dann zwei Seiten, die das Ganze dann zeigen, ja. So, wäre der nächste Schritt. Mache ich jetzt mal eben kurz, so wie man so ein zwei Schrauben reinschraubt, hier nicht zu zeigen. So, nun haben wir das mal so ein bisschen aufgebaut hier, ja. Ja, Bridge mit zwei Schrauben und schauen wir mal hier schön nach, wie das ist mit dem Seitenabstand. So könnte es eigentlich bleiben, jetzt hat man mehrere Möglichkeiten. Man kann jetzt den Hals ein bisschen drüber ziehen, ja. Oder hier in der Bridge noch ein bisschen die Schrauben leicht verändern, aber hier scheint es gut zu sein. Manchmal nicht. So, trotzdem schnappt es. Woran liegt es? Schon klar, hier oben ist der Abstand zu gering, ja. Ja, mit anderen Worten, irgendwie muss ich den Sattel hier, also den alten Sattel habe ich rausgekloppt, jetzt kommt jetzt so ein Grafikteil rein. Und den muss ich ein bisschen höher legen, ja. Dazu nehme ich halt so kleine Furnierstückchen, ja. So, ja, das zeige ich jetzt nicht. Also einfach untersetzen und dann schauen wir mal, wie sich das denn verändert. Jo, so ein 2,10 mm oder ein Viertel Millimeter haben wir jetzt schon ausgereicht, um den Sattel jetzt so zu machen, dass er nicht mehr am ersten Bund schnaht. Dann müsst ihr halt immer schauen. Ja. So kann man es fast lassen, also es ist irgendwie eine recht gute Seitenlage hier noch. Ja. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Ja. Und ich würde jetzt den Hals einfach einleimen, ja. Solange der Leim also noch weich ist, kann man da immer noch hin und her drehen. Jo, gefällt mir aber nicht ganz gut. Ja. Falls es immer noch schnarrt, man kann jetzt hier mit diesem kleinen Schlüsselchen hier die Reiterchen hochdrehen, ja. Und da noch eine Menge verstellen. So, was bei der Sache ziemlich wichtig ist, ist so die Einstellung des Oktavpunkts, ja. Wenn da jetzt viele Unterschiede sind zwischen jetzt diesem Flagellet-Ton, also diesem... Ich tupfe halt nur mit dem Finger auf den Zweifelbund und drücke den Ton. Das muss so der gleiche sein. Die beiden müssen identisch sein, ja. Die geben halt genau die Mitte der Seite an. Hier der Punkt, ja. Man kann natürlich den an der Brücke verstellen, hier, ne, mit dem Schräubelchen. Aber wenn das jetzt zu sehr abweicht, muss man den Hals ein Stück raus- oder reinhauen. Oder nicht hauen, sondern rausziehen, ja. Hier ist mal wieder wunderbar. Ja, ich hatte schon noch andere Sachen, da war das wirklich total scheiße. Hier auch mal testen. Wunderbar, ja. Schauen wir noch alle Töne. Ohne Schnarren kommen. War nicht wunderbar. So lasse ich das jetzt, ja. Also die Einstellungsarbeiten sind nicht so schlimm. Ich kann also, wie gesagt, hier hinten noch verstellen und die Höhe verstellen, falls die Seitenlage doch dann zu niedrig ist oder zu hoch. So. Ja, dann geht es mal ein bisschen ran.